Eintracht Frankfurt steht Sky-Information zufolge vor der Verpflichtung von Paxton Ahrensen. Oder so ähnlich. Ich hoffe, ich habe es mehr oder weniger richtig ausgesprochen. Die Ablöse des 19-jährigen US-Amerikaners soll dabei um die 4 Millionen Euro liegen. Durch entsprechende Boni kann diese wohl auch noch steigen. Dem Bericht zufolge sind nur noch letzte Details zu klären, ehe der Transfer als fix vermeldet werden kann. Danach soll dann in den kommenden Tagen der Medizin-Check stattfinden. Und in der Folge wird er dann einen langfristigen Vertrag unterschreiben und im Januar zum Team hinzustoßen. In seiner Heimat gilt der offensive Mittelfeldspieler als großes Talent. Unter anderem wurde Ahrensen bei den U20 Championships 2022 mit 7 Toren Torschützenkönig. In der MLS Next Pro kommt er auf 5 Tore und 4 Assists in 10 Spielen. Und bei seinen 23 Einsätzen in der MLS selbst, wo er in 416 Minuten allerdings nur 2 Mal in der Startelf stand, konnte er bislang immerhin ein Tor erzielen. Und ja, damit schnappt sich Eintracht Frankfurt mit Ahrensen das nächste vermeintliche Top-Talent. Der ein oder andere Bericht geht davon aus, dass er ein potenziell langfristiger Nachfolger für einen möglichen Kamada-Abgang werden könnte, der, wie wir wissen, stand jetzt nur noch bis Sommer 2023 unter Vertrag steht und bis dato keine Angebote bezüglich einer Vertragsverlängerung angenommen hat. Aber selbst wenn Kamada nochmal verlängern sollte, hat man dann mit Ahrensen jemanden, den man nach und nach heranführen kann. Generell tut die Eintracht ja gut daran, immer wieder vielversprechende Talente an den Main zu holen, um sie dann weiterzuentwickeln und gegebenenfalls teuer zu verkaufen oder vielleicht in Zukunft auch mal den einen oder anderen zu halten. Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich Ahrensen machen wird. Naja, vorausgesetzt, dass da jetzt nichts mehr dazwischen kommt. In den letzten Jahren ist den Verantwortlichen der SGE ja der ein oder andere Volltreffer gelungen. Naja, an der Stelle könnt ihr mir gerne mal eure Einschätzung zum anstehenden Transfer in die Kommentare schreiben. In der Videobeschreibung findet ihr auch ein Skill-Video zum Spieler, damit ihr euch ein Bild von ihm machen könnt. Ansonsten würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, Freunde, macht's besser und bleibt am Ball.